Ey, weißt du, was du mal machen musst? Wenn du irgendeinen, den du länger nicht gesehen hast, wieder triffst, du weißt eigentlich seinen Namen. Zum Beispiel, wenn dann der Mann dann irgendwie Johannes hieß, dann musst du den einfach betiteln mit Robert. Einfach so, ach Robert, da bist du ja! Ich mach das schon mal, solche komischen Sachen. Es ist ja nicht böse, es ist ja nur Spaß. Und dann überlegen die kurz, warum macht der das jetzt? Weißt der wirklich meinen Namen nicht mehr? Dann denken die nach und dieses Nachdenken, das finde ich irgendwie lustig. Also müsst ihr mal machen, einfach mal irgendeinen, den er gut kennt, aber vielleicht mal ein bisschen länger nicht mehr gesehen hat, einfach einen anderen Namen sagen. Oh, es ist zu schön. Ich liebe solche Scherze. So, dann würde ich sagen, schönen Tag, Gartnernirsch, schlaft gut, tut falsch!